Deine Geschichte, meine Stimme. Das ist Buchbar, dein Hörbuch. Ich bin Anna, freu mich, dass du da bist. Darf ich vorstellen? Die Leseprobe. Grenzenlose Intrigen. Geschrieben von Claudia Konrad. Erschienen im Pinguletter Verlag. Gelesen von Anna T. Pferd. Kapitel 1 Wann war ich's letzte Mal so besoffen? Trollinger musste das wissen. Der saß neben ihm. Nein, der lag. Trollinger! Es wuffte matt. Unter der Bank. Bank? Bushäuschen? Ah, Bushäuschen! Er saß auf der Bank. Es nieselte. Daher Bushäuschen. Warum nieselte es? Immer an seinem Geburtstag, wo es doch in Pforzheim nie nieselte. Er musste grinsen. Nie nieseln. Komisch. Trollinger, findest du nie nieseln? Auch komisch? Trollinger wuffte. Trollinger, alles gut. Fünfundsechzig. Fünfundsechzig. Das war es. Fünfundsechzig Kerzen hatte er ausblasen müssen. Heidenai. Und dann der Wein. Zehn shoppen? Ramazzotti vier? Grappa? Auch egal. Wieso sprang mir jetzt Griechenland ins Hirn? Wir waren doch im Albaccio. Eindeutig Italien. Er griff in die Tasche des Trenchcoats, streifte über Reste von Tiramisu auf seinem Jackett. Trollinger musste ablecken. Ein Umschlag. Dinner Vierblatt. Ein Bild von einem Schiff. Noch ein Bild. Markusplatz Venedig. Trollinger, soll ich das mal vorlesen? Willst du's hören oder sollen wir warten, bis Frauchen... Jetzt spürte er Tränen. Ist ja nicht mehr die Erika. Schrieße, LKW. Seit mehr als acht Jahren nicht mehr. Fünfundfünfzig Jahre war sie. Zum Die-Wend-Hoch-Grabble. Ich lese dir vor, Trollinger. Also. Lieber Welle. Damit du mal wieder richtig Welle machen kannst... Oh, Trollinger, das ist ein mieser Scherz, oder? Also. Damit du Welle machen kannst, schenken wir dir ein Fährticket von Venedig nach Griechenland auf der Anke Linis. Wer ist denn jetzt Anke? Trollinger, wollen die, dass ich mit der Anke... Ach so, die Reederei heißt so. Kabine mit Sondergenehmung für Trollinger in allen Bordbereichen. Wahlweise Igomenica, Korfu oder Patras. Jetzt kam die Erinnerung zurück. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ist doch egal, hatte Holger Kuhlmann gesagt. Du wolltest dir alte Steine anschauen und da eignen sich die der alten Griechen am besten. Genieße deinen Urlaub. Schließlich hast du dich seit Erikas Tod nicht mehr aus Pforzheim heraus bewegt. Außer vielleicht mal zum Titisee oder in die Schweiz zu deinem Kumpel. Wir freuen uns jedenfalls auf deinen Urlaubsbericht. Aber ich hab gar keinen runden Geburtstag. Das kann ich nicht annehmen, hatte er gesagt. Hast so, Ebbes. Hans selber des Bassstimme dröhnte im tiefsten Badisch. Mir händes Elle gefällt. Und jetzt? Held steig Gosch. Pruscht. Ja, dann? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Nochmals. Vielen, vielen Dank. Er stand auf. Es hatte aufgehört zu nieseln. Welle hielt sich an der Strebe des Bushäuschens fest, schob Manschette und Trenchcoat-Ärmel zurück, griff mit der anderen Hand in die noch immer beschmierte Jacketttasche und setzte sich erneut die Lesebrille auf. Herr Schaft-Rollinger, halber drei gleich. Schaffen wir den Berg noch? Wieder so ein kurzer Moment, in dem er es bereute, hoch über Pforzheim zu wohnen. Der Staffordshire blickte nach oben, als sollte er sagen, stell dich nicht so an, Alter, du auf zwei, ich auf vier Bein. Ich will in den Korb und wenn du mir bitte noch ein Klecks-Tiramisu, ja, braver Hund, hörst mir immer zu. Dir am Teufel, bleibt doch nichts anderes übrig. Welle bückte sich, streichelte ihn und lächelte. Er torkelte sich auf dem Heimweg ein. Ein weiteres Stück Erinnerung kam zurück, gerade mal in neun Stunden war das her. Er war mit Tronninger die Bahnhofstraße hinuntergelaufen, vorbei am Polizeirevier. Holger Kuhlmann und Igmar Keller waren herausgekommen. Da ist ja unser Geburtstagskind. Das war Kuhlmann. Kind? Alter Sack, wolltest du wohl sagen. Wo geht's hin? Na, deinen Geburtstag feiern, wohin denn sonst? Damit hast du nicht gerechnet, gell? Keller war den ganzen Abend über bester Laune gewesen. Kommt, wir müssen uns beeilen, die anderen werden sicher schon warten. Schau nicht so belemmer, du wirst heute noch einige Überraschungen erleben. Wirt Andreas hatte gerade ein Tablett mit Sektgläsern hinter der Theke hervorballonciert, als die drei eintraten. Und jetzt war der Film wieder da. Echtzeit, live und in Farbe mit Ton. Als sei es gestern, nein, war ja eben erst alles vor der Sache mit der Anke, nein, mit dem Schiff. Hatte er das richtig verstanden? Eine eigene Kabine für Trollinger? Du kommst gerade recht, hast wohl gerochen, dass der Begrüßungstrunk eingeschenkt ist. Der Wirt stellte ab und umarmte Welle herzlichst. Die alten Hasen waren vollzählig erschienen und trellerten ihr ganz persönliches Geburtstagsständchen. Lieber Peter, Hans Selberle hob nach dem Gesang sein Glas. Heute ist ein Festtag und wir haben uns hier versammelt, um mit dir zu feiern und viel Spaß zu haben. Wir wünschen dir weiterhin noch viele Sonderermittlungsfälle, Gesundheit und ein langes Leben. Hoch sollst du leben. Dreimal hoch. Freunde, welch eine Überraschung. Ich danke euch von Herzen, dass ihr alle da seid. Ist so cool, wie das im heutigen Jargon so schön heißt. Ich danke euch. Nun mal langsam, Herr Peter Wellendorf-Renz, Sie. Wenn Sie denken, das wäre alles. Welle, wir haben uns was ausgedacht für dich. Ich als Gründer unserer erlesenen Runde. Wenn Hans Selberle, Richter außer Dienst, sprach, klang es immer wie ein letztinstanzlicher Urteilsspruch. Die anderen schwiegen. Selberle zupfte sich am nicht vorhandenen Bart und zog einen Zettel aus seiner Sakkoinnentasche. Ich habe einen Steckbrief über dich entworfen und den gehen wir jetzt mal gemeinsam zur Urteilsfindung durch. Alle saßen. Der Ex-Richter stand. Trollinger lag unter dem Tisch auf der Suche nach Krümeln. Name ist bekannt. Alter seit heute auch 65. Zwei Drittel geschafft, oder? Die 90 ist locker drin bei dir. Schafft er locker? Die Leichenfunde scheinen ihn jung zu halten. Er werchelt doch jetzt mehr als früher, flötete Kuhlmann. Er foppte zu gern. Einen Meter fünfundachtzig groß, etwas zu viel auf den Rippen. Was meinst du? Selberle schaute zu Hugo Wert, seines Zeichens Rechtsmediziner. Alles noch im grünen Bereich bei Welle, Hans. Beruf? Nee, da steht nichts. Aber wir wissen, dass die Besten, so wie ich, in Pension sind. Kriminalhauptkommissar, ehemaliger mit legendären Fällen in der Stadt. Pforzheim kann verdammt stolz auf deine Erfolge sein, Welle. Darauf einen tiefen Schluck. Ich habe einen 2013er Santa Margarita Chianti Classico ausgesucht. Hoch die Tassen. Alle. Die Stimmung war gehoben. Die Kommissare Kuhlmann und Keller tuschelten. Traute Zweisamkeit, die man von den beiden nicht kennt, weil sie meist im Clinch liegen. Peter, ich kann diesen Steckbrief nicht zu Ende bringen, ohne Erika zu erwähnen. Das muss sein, sie ist dabei, das weißt du. Ihr Leben gehörte zu deinem, ihr Tod soll nicht vergessen werden. Und es ist das, verzeiht diesen harten Ausdruck, beschissenste überhaupt, wenn ein Halbsägel von Truckfahrer das Stauende verpeilt und einem die Frau aus dem Leib reißt. Welle merkte, wie sich ein Kloß den Weg in seinen Hals bahnte, er tätschelte Trollingers Lausche unter dem Tisch. Sein Kopf zwischen den Beinen. Der musste sich erhoben haben, als Erika erwähnt worden war. Er kraute ihn kurz. Hans ist schon recht. Fast acht Jahre ist das her. Und noch immer, ich danke euch. Aber wollten wir heute Abend nicht fröhlich sein? Sind die alten Hasen nicht ein Haufen von Lebensfrohen? Welle konnte seine Rührung kaum verbergen. Seine Freunde, hier, alles mit so viel Herzblut organisiert. Und dann noch die Erinnerung an Erika. Er lehrte das Glas. Andreas, noch ein. Sollen die Gläser etwa leer bleiben? Grenzenlose Intrigen Geschrieben von Claudia Konrad Mehr zu diesem Buch und zur Autorin gibt es auf pinguletta.de Musik Das gibt das Hext третьem. Gib's gut zu diesem Buch. Und dann noch die Erinnerung an Erika. Wie weit ist das Hext-Extrend? Vielen Dank.